Das Versuch süchtig, steigt hoch und der Abpraller und der sitzt, Lisa Antl, staubt ab. Klasse gehalten von Lea Rüther. Und der Gegenstoßabschluss zum 9 zu 7. Und diesmal passt er. Unter die Latte und rein. 23 zu. Die Gastgeberin jetzt schön auf außen gegeben und der passt. Und den Pfosten und geht rein zur 25, 23 Führung. 10 Sekunden noch. Hält man mit dem Anspiel und da ist der Treffer vom Kreis von Annika Lott. Und zum 27 zu 25. Damit ist es aus. Der BSV gewinnt das Nordderby. Das heißt, es umkämpfte mit zwei vor. 27 zu 25. Und die Statistik dieses Spiels lebt quasi weiter bei Nordderby. Gleich ein Sieg. Der BSV gewinnt. Mit diesen fröhlichen, schönen Bildern. Sie möchte ich euch in den Abend entlassen. 25. 25. Wobei ich in den Abend überraber呢. Und das wäre der Monat. Und deroste ist, dass du schon mal für die Katastik ist. Da braucht man eine Abnahmung.